Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe sehr früh, 1950, in Paris schon damit begonnen, nicht? Na gut, das ist der Titel des Hauses, nicht? Dass man insofern recht, weil da der Begriff Kunst gar nicht vorkommt. Es ist auch nicht so, dass das sofort ein Museum ist. Jeder sagt sich, da ist jetzt ein Museum. Das Museum kommt vielleicht, weil ich immer mehr lebe. Und bis dahin finden auch andere Veranstaltungen statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017